Man sollte ja dann doch wieder in Stufe verdenken, die mögliche an den Spiegel dran haben, die aufzumachen. Und inzwischen, wenn die Anwärter ist, dann halt nicht so sehen, so ganz gut das Kabel. Im Internet geguckt, die Anbieter, die da und auch, aber ich, das wird ja immer so ein bisschen aktualisiert. Schön gemacht da auf der Passelseite. Aber, ja, gibt es da noch mal irgendwas Aktuelles, das da noch mal vielleicht, ja, ich glaube, das wird wahrscheinlich nicht möglich sein, dass man da noch mal irgendwo Transfer-Taxen kaufen kann. Da hast du schon recht, das ist natürlich alles verkostet. Aber ich vermute mal, das wird sich so ein bisschen stabilisieren. Die Nachfrage ist natürlich immens, das kann ich mir natürlich gut vorstellen. Ja, aber wie gesagt, ich habe so von beiden Komponenten, ich habe eigentlich nur den coolen LF-T, den habe ich mir zugelegt und der läuft eigentlich auch recht gut, ist auch verhältnismäßig zu Frequenz stabil, also vollkommen ausreichend geblendetragter Betrieb. Aber ansonsten die anderen Komponenten, die hatte ich alle noch in der Kiste. Delta Lima Eins, Zulo Alpha X-Tree zur DL-3 AAV. Ja, fühlt sich gut, ich hoffe, es war wahrscheinlich da. Reinhard, hier ist noch der DL-1 direkt. Ich habe in der Frequenz jetzt mal ein bisschen nachgedreht. Da hier ist das hier dran, dieses vermute ich mal, muss ich jetzt auch mal ein bisschen nachsehen, weil du warst letzterseitig ein bisschen untergelegt. Ja.